Servus, Diwali! Wir begrüßen heute die Sonja in unserer Mitte und wir sind Gast beim Uwe Manninger in Inscher Süd. Wir werden heute ein Ganzkörper-Training durchziehen mit der Sonja und das wird von Arme über die Beine gehen und alles, was dazu gehört. Danke! Bevor wir mit dem Training beginnen, brauchen wir ein Aufwärmprogramm mit dem StairMaster. Das ist ein Treppensteiggerät, ganz super zum Aufwärmen. Wir machen heute ein Ganzkörper-Training. Wir fangen an mit der ersten Übung. Das ist breites Bankdrücken. Wir haben die nächste Übung ins Programm. Das ist fliegende Bewegung, fliegend auf der Flachbank. Die nächste Übung ist Platzzug im breiten Griff. Die nächste Übung ist Glimmzüge auf der Glimmzugstation im breiten Griff. Die nächste Übung ist Sitzern-Schulterdrücken auf der Schultermaschine. Die nächste Übung ist Stehen-Seitheben mit Kurzhahn. Die nächste Übung ist Revers mit der Schultermaschine. Die nächste Übung ist einäumiges Trizepstrecken. Die nächste Übung ist Beizepstrecken mit Kurzhahn. Liegen. Die nächste Übung ist Bizeps-Köreln stehend mit der Z-Hahn im engen Griff. Die nächste Übung ist Bizeps Curling Einarmig. Die erste Übung für den Bein ist die tiefe Kniebeuge mit der langen Handball. Die nächste Übung ist Beinpressen. Die nächste Übung ist Beinkörl liegen am Beinkörlmaschine. Die nächste Übung ist Beinstrecken. Unsere nächste Übung ist Wadenheben stehend auf der Wadenmaschine. Die nächste Übung ist die Good Morning auf der Multipress. Unsere nächste Übung ist die Wipperextension. Die nächste Übung ist Crunchen auf der Bauchbank. Die nächste Übung ist die hängende Bauchübung. Die nächste Übung ist die Hängende Bauchbübung. 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 Die nächste Übung ist die Hängende Bauchbübung.